Hallo, mein Name ist Anna von Sektplan und heute zeige ich euch, wie ihr die Ajax-Alarmsysteme völlig autonom zur mobilen Überwachung einsetzen könnt. Für einen Autarkbetrieb der Ajax Hubs haben wir Langzeitbatterien in unser Sortiment aufgenommen, die einen stromnetzunabhängigen Betrieb von bis zu 15 Monaten sicherstellen. Für den mobilen Outdoor-Einsatz haben wir ein praktisches Kit zusammengestellt mit Batterie und notwendigem Zubehör im wetterfesten Wandaußengehäuse. Für Baustellen ist das robuste Außengehäuse mit Schutzgrad IP67 eine gute Lösung, da es überall montierbar ist. Der Schutz kritischer Infrastrukturen erfordert häufig auch autonome Lösungen, die sich nun mit Ajax-Alarmsystemen einfach umsetzen lassen. Weitere Infos findet ihr in unserem Fachhandelsshop segplan.de. Bis bald, eure Anna von Sektplan. Bis bald, eure Anna von Sektplan. Bis zum nächsten Mal.